Ja ihr Lieben, wir haben in diesem Video mal wieder eine Mega Deal und zwar bekommt ihr eine Unlimited Flat mit unbegrenztem LTE und einer Flat zum Telefonieren und SMS und ihr spart noch den Anschlusspreis nicht rabattiert, sondern komplett. Also ein richtig, richtig geiler Deal endlich mal wieder und ja, das ist vielleicht für den ein oder anderen von euch eine geile Sache. Hätte ich nicht mein Unlimited Max für 34,99 hätte ich hier definitiv zugeschlagen. Ist ein absolut geiler Deal. Wir gehen mal ganz kurz in die Details rein. Ihr bekommt hier den Unlimited Smart, der hat bis zu 10 Mbits im LTE, also im Download, ich glaube im Upload sind es 2 oder 5, ich möchte mich da nicht festlegen. Reicht aber für Normalsurfer aus. Also ich glaube sogar, dass Full HD abspielen sollte hier kein Problem sein. 720p auf gar keinen Fall. EU-Rooming ist dabei, Full LTE, Wifi-Calling. Klar ist Telefonica O2-Netz und das ist echt krass. Komplett 2 Jahre lang für 14,99. Haut da nach ein, zwei Monaten einfach eine Kündigung rein. Keine Anschlussgebühr, ihr seht das. Ich habe es hier auch nochmal eingeblendet und einen Anschlusspreis sparen. Da müsst ihr nur eine kurze SMS hier an die Kurzwald schicken mit AG Online. Und dann bekommt ihr das auch noch geschenkt. Es gab in der Vergangenheit irgendwie immer, dass man eine Beratungseinwilligung bei Mobilcom Debitel erteilen muss, damit man den Anschlusspreis befreit bekommt. Hier in dem Fall einfach eine kurze SMS und dann passt das. Ganz wichtig ist bei dem Angebot, wir gehen mal auch auf die Website. Das ist ein Angebot von Vitrado. Ich verlinke das wie immer nicht, weil das ist hier keine Werbung, sondern ich möchte das Angebot einfach nur vorstellen. Wer das Angebot sucht, der wird es definitiv finden. Das Ganze ist begrenzt hier auf die nächsten vier Tage. Hier sind nochmal die Details. Ganz wichtig ist hier so ein Readly-Abo mit dabei. Das ist glaube ich im ersten Monat kündbar. Beziehungsweise es hat einen kostenlosen drei Monate Testzeitlauf und innerhalb dieser Monate kann es kostenfrei zum Ende des Testzeitraums gekündigt werden. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Ansonsten kostet das hier nochmal 4,99 im Monat oder ich glaube 9,99 sogar. Also das bitte unbedingt machen. Ja, ansonsten sind hier keine Haken. Ist echt ein geiler Deal. Das ist eine schöne Aktion. Ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, der jetzt überlegt hat. Es gab ja für 14,99 jetzt schon seit längerer Zeit den Unlimited Basic. Aber ich glaube, das ist nochmal ein ganz besonderes Schmankerl für den einen oder anderen. Ja, wollte euch da nur informiert haben, schreibt mal rein, welchen Tarif ihr habt oder ob ihr vielleicht aufgrund dieses Videos jetzt sagt, komm, das ist mal eine Überlegung. 10 MBit ist ja jetzt wirklich nicht schlecht. In diesem Sinne wünsche ich euch was und Fragen oder Anregungen einfach in die Kommentare. Bis bald. Ciao. Ciao.